muss da oben schon wieder so ein blödes fisch sein da auch machen wir mal wieder mit dem bogen kalt gehen die pferde langsam aus das bin ich ja schön umgangen genau da war diese eine ruine oh man futtern und ich war kurz vergiftet dann speichere ich noch mal aber bei warte mal quicksave genau da drin sind jetzt nämlich sicher wieder irgendwelche kreaturen die auf mich lauern und ein skamm kein effekt da hinten ist der nächste skam kalt auf kann ich den mit dem bogen erreichen kalt auf 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 mit der hat nichts dabei So, und ich muss hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin gerade versucht, eine Runde zu schlafen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe auch in die völlig falsche Richtung übrigens, dass der mich übelst zurichten wird. Hui. Ich bin nicht unterbrochen worden, das ist schön. Der Flammen-Athronach ist weg, und hier ist er weg, und hier ist er weg, und hier ist er weg. So, hier wollte ich eigentlich auch nicht hin. Ich war hier jetzt, schön, dass ich hier war, aber... Ah, Zeit aufschreiben, ah, Stift, Stift, da habe ich meinen Stift hin. Ah, ah, na, dann nehme ich halt einen neuen. Ach, der liegt jetzt da drüben, genau. Ähm, um 21 irgendwas. So, habe ich jetzt nämlich ein bisschen genossen, und... Nein, ich muss immer noch. Das Ätzen. So, also da geht's nicht weiter. Jetzt gehen wir mal wieder hier rein. Das könnte fast so aussehen, als ob's hier zurückgehen könnte. Ach komm, stirb. So. Ich nehme mal wieder ein anderes Schwert. Ja, wobei das auch schon wieder gut mitgenommen ist. Ähm, das andere Schwert, das habe ich jetzt bloß wegen dieser Ladung genommen. So, da unten müsst ihr ja zurück nach... Nee, nicht zurück. Da geht's zurück nach Molagmar. War hier nicht dieser Schrein? Nee. Boah, ich habe nicht sowas von verlaufen. Aber ich gehe jetzt mal trotzdem hier lang. Obwohl's neu ist. Der hat nichts bei sich. Ich weiß, ich könnte ihn entsorgen, aber... So, das sieht hier auch nicht so aus, als ob's hier groß weitergeht. Zumindest, wenn ich hier im Tal bleib. Ähm... Na gut. So, da sind wir also auch wieder. Ähm... Ja, irgendjemand hat mich am Telefon ein bisschen belästigt. Entschuldigt, bitte. So... Ich wollte ja den Typ jetzt habe ich einen Pfeil verschwindet. Das geht mir... Das geht mir... Oh... Das geht mir... Das geht mir jetzt schon ein bisschen... Das geht mir jetzt schon ein bisschen... Oh... Mann... Das geht ja gar nix hier. Äh... Was? So... 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 Stirb! Drecksviech! Wenigstens halb habe ich jetzt noch... Ah... Gah! 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 So... Gut. Gehen wir weiter. Und schauen mal... hin... Wo wir rauskommen. Ah, da kommen wir da oben wieder raus. Okay. So, jetzt muss ich erst mal mein Mikrofon wieder richtig anbringen. Äh... Ne, ne, ne. So... Gut. Genug genörgelt. Alles halb so wild. So... Hier ist also Mount Arsenal BBD. Alles klar. Irgendwas rummord und rumpelt und... Hier die ganze Zeit. Das ist sehr seltsam. Jo, ich muss noch mal gucken, wie ich das äh... Zusammengeschnitten krieg übrigens. Und was man da so hört vom Telefon... Auf jeden Fall renne ich jetzt eigentlich nur noch auf direkten Weg nach Molagmar. Da werde ich mich dann mal mit Schmiedewerkzeug eindecken. Und mein Zeug reparieren. Kommst du jetzt auch noch her? Genau. So. Du wirst gefressen. Kein Effekt. Dich schmeiß ich weg und dich schmeiß ich weg. So. Und jetzt lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will zurück nach Molagmar. Und dann gehen wir das nächste Mal quasi nach Mount Kant. Sag mal, meine Viecher hier gibt es echt irre viele. Das ist unglaublich. Und vor allem wenn ich daran denke, dass ich die am Anfang voll gehasst habe. Inzwischen gehen die eigentlich. Aber es ist halt ätzend. So. 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 Das war's für heute. mal gemacht und also nie wie ich hätte hier gar nicht da bin ich schon wieder falsch abgebogen skandal das ist bloß jetzt lade halt mal zu äußerem das ist bloß ein baum stumpf so der andere wer da da ging es zu machen und kant und da geht es nach mal so man könnte machen wir jetzt nicht ich will zurück nach mal ich will jetzt endlich mal wieder ein bisschen ruhe haben aber ich könnte eine runde pennen kann ich hier eine runde pennen ja blödes vieh ich 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 Vielen Dank.